Dieses neue Golem Evo Mortadeck ist völlig krank und zerstört derzeit alles. Doch was dann passiert und wie ich im letzten Game komplett Karma fresse, siehst du jetzt. Frag gerne, create a code Big Spring kostenfrei im Shop, ein Kuss geht raus und wir gehen rein. Partie Nummer 1 gegen den Kollegen Legendary und wir starten die Partie mit einem ganz entspannten Elektrodecken. Der Elektrodecken ist einfach ein ganz entspannter Typ, der ein bisschen clashen will und genau das wollen wir auch. Denn wir spielen hier das erfolgreichste Golem Deck der ganzen Welt in der aktuellen Meta. Dieses Deck mit Golem, Mortar und Glock, drei Karten, die du normalerweise in keinem Deck zusammen sehen solltest, ist gerade das höchste Deck, das überhaupt mit Golem gerade irgendwie funktioniert. Und jetzt sehen wir hier, der Gegner spielt direkt einmal seinen Goyle Rose rein. Das Schöne daran ist, wir haben jetzt verschiedene Optionen. Der Gegner bringt jetzt hier seinen Packer rein und das ist gar nicht mal so schlecht für uns, denn wir wissen, der Gegner hat gerade ungefähr 7 Trillionen Elixier hier investiert. Wir können einfach die Gards spielen, um diesen ganzen Kollegen hier einen zu gebieten. Der Mortar Connected, beziehungsweise der Rambog Connected am Mortar. Und schon haben wir diesen Packer-Spieler, der ja in der Regel gar nicht mal so schlechte Karten gegen uns hat, komplett einmal auf den Boden der Realität zurückgeholt. Jetzt machen wir hier Damage und wir fragen uns gerade, was der gute Legendary ja eigentlich macht, weil das, was er macht, ist gerade alles andere als legendär. Und meine lieben Freunde, es ist Zeit für das Log. Ihr könnt jetzt denken, es wäre Zeit für den Golem, aber nein. Wir wollen den Golem erstmal nicht spielen. Ja, denn unser Cycle mit 2, 5 Elixier-Karten, der wird den Golem erstmal gar nicht zulassen. Wir werden natürlich jetzt einmal mit den teuren Karten verteidigen und es ist ganz klar, wir werden nicht aus jeder Karte die Value holen, die wir aus den Karten normalerweise holen könnten, wenn sie andere Decks wären. Denn wir müssen einfach Karten spielen, zu gewissen Zeitpunkten, die wir einfach nicht spielen wollen. Ja, zum Beispiel gerade die Kanonenkarre. Da hätte ich natürlich in anderen Decks mit der Kanonenkarre niemals die Karre gespielt. Aber dieses Deck ist eben, ich sag mal, so besonders, dass wir es in dieser Situation jetzt hier eben tun mussten. Und das ist auch gar kein Problem, denn wir werden jetzt vom Evo-Electro-Deck und natürlich auch von den Gards profitieren, die dem Gegner jetzt komplett den Chaos machen. Der Gegner muss jetzt eigentlich auf der linken Seite seinen Rambock spielen. Das kann er auch gerne machen. Dann haben wir die Gards hier einmal mittig und können den immerhin noch wegloggen. Sollte der Gegner jetzt aber einen Lightning oder aber einen solch interessanten Player haben, dann haben wir natürlich hier immer noch die Antworten. Und jetzt, meine Freunde, kommt der sogenannte Spin-Shit-Hop-Deck hier. Wir werden das einfach loggen und jetzt hier die Skelly-Decks reinspielen. Einfach so auf Verdacht, dass wir sowieso ein bisschen Schaden kassieren werden. Und das ist auch völlig in Ordnung. Warum? Weil wir gerade auf dem linken Turm unfassbar viel Schaden gemacht haben. Und jetzt natürlich noch den Evo-Morter besitzen, um hier in der Offensive nochmal richtig doll den Gegner einzuschulen, Freunde. Jetzt gibt es hier einen wunderbaren Nalo rein. Der ist toll, der ist schön, der macht alles richtig. Und der Gegner wird seine Muskelschirin vermutlich tendenziell eher verlieren. Das bedeutet bei ihm leider hier akute Verlustängste, die umher schweifen in seinem Kopf. Und Legendary hier mit seinen vier Blitzen, mit seiner vier Blitzenergie, sage ich mal. Ja, der hat hier direkt schon mal wieder ein Problem. Er will natürlich irgendwie durchkommen. Leider klappt auch das jetzt tendenziell eher nicht so gut. Klar, die Mandite wird chargen. Ist mir aber auch hier wieder an dieser Stelle völlig egal. Denn wir kassieren zwar Schaden. Aber, was macht der Gegner jetzt auf beiden Seiten, Freunde? Die Antwort lautet, er macht einfach mal gar nichts. Er spielt eine halbgare Pissmusketierin rein. Das kann man natürlich so machen, klar. Die Frage ist, was macht der Gegner, wenn davor jetzt einfach ein Stein kommt? Davor kommt einfach ein fetter, fetter Stein. Und genau diese Kombination, Golem-Evo-Morter an der Brücke. Da sieht sich der Gegner nicht. Der will das verteidigen. Aber nein, er will es gar nicht hier verteidigen. Er hisst in dem Moment, wo der fette Stein der Weisen vor dem Morter einzukehlt, die weiße Fahne. Und genau da haben wir unseren Überraschungszonen perfekt genutzt. Auch Kollege Stuart wird es gegen den Spin und sein Überraschungsmomentum auf seiner Seite nicht leicht haben. Und das Wissen... Nein, nein, Stuart! Stuart, bitte fokussier dich. Meine Nachbarn sind wieder sauer auf dich, weil ich sie hier wachmache, auch wenn wir schon 14.23 Uhr haben. Stuart, bitte jetzt einmal Fokus walten lassen. Du kannst dich einfach in den Morter connecten lassen, gerade mit deinem pissigen Dart-Goblin. Und dann denken, die Welt wäre in Ordnung, mein Bester. Wie kann Stuart jetzt schon 1300 Schaden Nachteil haben? Was ist los bei dir, Carsten? Aber egal. Merkst du, ich finde das, dass Stuart vielleicht nicht die hellste Torte auf der Kerze ist, gar kein Problem. Jetzt kommt... Das war richtig ekelhaft, tut mir leid. Bands bin nicht leid, tut mir das. Jetzt haben wir die Skelly-Dwecks und Stuart hat einen interessanten Move mit der Crackerin. Dachte jetzt, er würde damit irgendwie im Ansatz Erfolg haben. Das Schöne ist, er stimmt natürlich nicht, denn die Skelly-Dwecks werden sich jetzt hier ein weiteres Mal richtig schön durchsetzen. Und jetzt erkennen wir hier natürlich, dass Kollege Stuart, sagen wir mal, das eine oder andere Problemchen hat. Denn er hat gerade zwei Skelly-Dwecks durchlaufen lassen. Und ich wäre an deiner Stelle mal dafür, den Rückwärtsgang einzulegen. Denn du rast gerade die ganze Zeit vor eine Mauer und dein Stoß einfach vorne, der ist schon ziemlich mitgenommen. Wie wäre es, wenn du jetzt mal einfach darüber nach... Nein, nein, Stuart. Stuart, was zockst du da überhaupt? Das ist nicht mehr tragbar, verstehst du? Ich habe einen großen Rucksack, aber ich kann das nicht ertragen, ihr mein Bester. Er spielt Skelly-Barrell plus Bowler an der Brücke. Das ist aber ziemlich geil für euch, denn damit hole ich mir gerade das TÜV-Zertifikat für die Geeignetheit dieses Decks in Mittler ab. Denn was Stuart hier spielt, ist nichts anderes als das Average-Mittler-Deck. Wahrscheinlich ist er ein bisschen besser als der durchschnittliche Mittler der Zocker, sonst wäre er jetzt nicht nur ultimativer Champion. Aber man erkennt doch das eine oder andere Deck-Building-technische Defizit bei ihm. Und das würde ich sagen, erkennt sogar der größte Testural-Anfänger, dass der Spiegel nicht unbedingt sinnvoll ist. Mittlerweile habe ich übrigens das Gefühl, dass der Gegner eine Farbschwäche für Skelett-Drachen hat. Der Typ hat zum dritten Mal gerade diese verdammten Viecher durchlaufen lassen. Was ist mit dir, Stuart? Fokussier dich jetzt, Mann! Jetzt gibt es hier einen Lockup. Der Gegner ist mal wieder der Normalste im ganzen Ozean. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ich sage mal immer, man muss auch mal der Normalste sein. Wenn man dann der Normalste ist, dann ist es ja alles schön und toll. Jetzt hat er auch hier wieder völlige Komplikationen. Niemand weiß, außer dem Wind, weiß schon wieder niemand, was hier eigentlich abgeht. Der Gegner, Bro! Bro! Stuart, mein Bro! Stuart, mein Bro! Stuart, mein Bro! Hast du schon mal mit diesem Deck gegen Golem gespielt? Oder sage mir sonst, was ist deine Taktik? Und wo gehen unsere Vorstellungen zwischen Turm holen und Turm verteidigen auseinander, Stuart? Wo gehen sie auseinander? Wo sind die Spielzüge, die dich zu einem einigermaßen qualifizierten Spieler für Ultimativer Champion machen? Was war da los? Du kannst nicht die ganze Zeit das Geld fast spiegeln. Naja, aus Mitrogluschen. Ich habe keine Ahnung, was der Name bedeutet. Ist mir auch völlig egal. Es gibt einfach den Elektrodecken rein. Und wir schauen mal, was wird, was wird. Unser Gegner jetzt hier mit dem sogenannten Goblin Cage. Kann man natürlich zunächst einmal so machen. Ist ja gar keine Frage. Alles gut. Ein Spielzug, welchen ich durchaus erstmal begrüße. Denn er ist nicht direkt wieder weiteren plus Goblinstein in der Brücke, sondern immerhin gibt es von ihm jetzt hier nur einen Goblinstein hinten. Man muss auch mal die kleinen Dinge im Leben loben. Und dementsprechend ist das jetzt sozusagen mein kleines Ding. Sein kleines Ding sitzt ganz woanders, weil er die Kombination hier direkt mal spielt. Aber ist gar kein Problem. Das lässt sich natürlich auch lösen. Es kommt letzten Endes auf die Technik an. Wir haben jetzt hier Naja mit natürlich auf die spielerische Technik. Ist ja ganz klar. Wir gehen hier immer davon aus, dass wir uns im Game befinden. Aber Naja spielt hier eine sehr interessante Kombination. Und wir haben mal wieder Rekruten. Und damit, ja, durchaus den Beweis, dass meine These von vorhin, gerade wenn ich diesen Rage nochmal hier untermauert sehe, gar nicht mal so falsch war. Wir bringen nun diesen Mortar rein und erkennen, dass wir auf beiden Seiten hier relativ guten Damage kassiert haben. Aber das Schöne ist, dass wir genau wissen, dass Kollege Naja einfach mal hier richtig hart gefressen hat. Und meine Frage lautet jetzt, was macht Naja gegen diese ausgeklügelte Kombination an Tornado, Elektrodecken und dem Mortar? Naja, fokussier dich. Naja, ich bitte dich, jetzt wieder einmal Vernunft walten lassen. Es ist wichtig, dein inneres Chi zu finden. Wir brauchen jetzt unsere innere Mitte Naja, okay? Gegen den Minenwerfer. Da ist es muy importante, gescheit zu verteidigen. Und wenn du das nicht tust, Naja, wenn du da einfach eine Einheit viel zu spät auf Deutsche Bahn angelehnt rein spielst, dann könnte es unter Umständen sein, dass dein Turm an Bausubstanz verliert. Ich wäre mir nicht so sicher, ob ich das noch ein weiteres Mal zulassen würde an deiner Stelle. Ich wäre mir auch nicht so sicher, ob ich in dieses Deck einen Rambock klatsche, wenn jeder andere Spieler auf dieser Erde erfolgreich die Rekruten in diesem Deck nutzt. Aber das ist jetzt so eine Detailfrage, welche mich nicht beschäftigen sollte, sondern tatsächlich eher so ein bisschen das sogenannte taktische Steckenpferd, Hinterfragungssteckenpferd von Naja sein sollte. Naja jetzt hier wieder mit einigen sehr, sehr interessanten Spielzügen. Wir geben einmal direkt diesen Nalo zum Besten und erkennen jetzt, dass Naja leider auf der anderen Seite etwas, ich sage mal, Schäferungspotenzial hier hat entfalten lassen. Denn leider muss man das so sagen, Naja hat sich komplett einem elektronischen Drachen mit der Hälfte seiner Rekruten hingegeben. Und jetzt hat er auch noch gar nicht den Evo Rambock, was natürlich ausgesprochen schade ist. Denn jetzt muss Naja versuchen, irgendwie mit diesem goblinischen Stein hier Erfolg zu haben. Das Problem an dieser ganzen Nummer ist natürlich selbstverständlich die Tatsache, dass Naja hier einmal mehr mit dieser sogenannten Taktik, ja, man fragt sich natürlich dann immer, wo eigentlich die taktische Komponente liegt. Aber diese Taktik ist dann doch durchaus zum Scheitern verurteilt. Man muss allerdings sagen, jetzt kommt der Evo Cage, glaube ich, sogar ins Spiel. Und das, ah ne, es kommt ein normaler Cage, das ist super für uns, denn das gibt einfach die Kanonenkarre. Und lässt Naja keine Wahl, außer eigentlich die Rekruten zu spielen. Und eigentlich ist es dann ein Rambock-Brücke. Also man fragt sich, ob was eigentlich in Naja gefahren ist, ob es dann tatsächlich auch selbst der Rambock war. Aber ich kann sagen, dieses Game ist durch. Der gute Chetana. Und nun wird es ebenfalls wieder spannend. Denn Papa Spin hat beide Evolutionen auf der Hand von, es ist das Sahnhäubchen auf der Torte. Und nun erkennen wir hier nicht mehr Naja, sondern Chetana. Mit einem sehr, sehr interessanten Versuch, das Ganze zu verteidigen. Meine Frage lautet jetzt, was genau war jetzt der Hintergrund? Ich meine, ein Mordor-Hit wurde kassiert. Und was genau wird jetzt auch gegen die Kanonenkarre unternommen? Denn den Kingtower zu aktivieren, wäre jetzt theoretisch ganz leicht. Allerdings erkennen wir jetzt ein sogenanntes barbarisches Barrel. Und leider muss hier noch etwas weiteres reingespielt werden. Und wisst ihr, wisst ihr doch einfach, ihr müsst euch jetzt mal vor Augen halten. Ich bitte euch jetzt einmal, visualisiert. Visualisiert in diesem Moment bitte einmal, wie Chetana sich fühlt. Und schreibt es in die Kommentare. Chetana fühlt sich so, als ob er auf dem Klo sitzt und kein Klopapier mehr hat. Und der Schubladde neben dem Klo ist auch kein Klopapier mehr. Das war's, ja. Und der Akt wurde bereits vollzogen. Das heißt, Chetana fühlt sich hilflos. Chetana wollte gerade einen Ballon rechts an der Brücke spielen mit dem Lumberkack. Aber Papaspin hat seine Pläne durchkreuzt. Und das schmeckt ihm nicht, ja. Das schmeckt Chetana nicht. Chetana hat da gar keinen Bock drauf. Hier gibt es nochmal ein ganz entspanntes Lock rein, wie ein ganz entspannter Typ, der es halt so macht. Wir kriegen jetzt einen ganz entspannten Magier-Hit. Ist aber auch gar kein Problem. Den akzeptieren wir natürlich. Denn wir können jetzt davon ausgehen, dass Chetana möglicherweise jetzt probieren wird, wieder einmal Lumberloon an der Brücke zu machen. Dagegen hätten wir dann selbstredend die Skelettrachen oder aber den elektronischen. Ich würde sagen, unsere Wenigkeit entscheidet sich ja immer für die Skelettrachen, damit wir jetzt hier zwar gefühlt sieben Millionen Hits kassieren, jedoch trotzdem, ah, es wird direkt All-In. Das heißt natürlich jetzt, dass tatsächlich auf der anderen Seite die Bude relativ gut brennen sollte. Wenn ich mir nämlich so anschaue, dass jetzt da ein Evo-Packer kommen muss, dann stelle ich arg in Frage, wie eigentlich diese Verteidigung stattfinden soll. Die Kanonkarre kommt rein. Also besser gesagt nicht die Kanonkarre, aber der Golem ist da. Und jetzt frage ich mich gerade immer noch, was möchte Chetana eigentlich? Was ist das Ziel? Chetana, du bist dir doch hoffentlich sehr bewusst, dass der Turm fällt, oder? Also, Chetana weiß es. Chetana blickt seinem Schicksal auch ins Auge. Aber Chetana hat noch nicht ganz verstanden, dass ich das auch einfach hätte abwenden lassen können. Das ist natürlich jetzt ausgesprochen schade, denn das hätte ich jetzt Chetana am sozusagen nächsten nahegelegt, dass man sich da vielleicht mal Gedanken macht, ob man das nicht beim nächsten Mal etwas verhindern kann. Aber gut, das ist ja mal wieder nicht meine Aufgabe. Jetzt kommt hier ein sogenannter Lumberkack rein. Meine Aufgabe ist jetzt allerdings, genau diesen Golem zu spielen. Der sieht auf den ersten Blick extrem doof aus. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Wir müssen aber diesen Magier loswerden. Dementsprechend ist hier unsere Aufgabe, aus dem Elektro-Drecken eben möglichst viel Value zu holen, damit dieser lustige Elektro-Drache noch ein bisschen Value erhalten kann. Es gibt jetzt noch mal eine gute Chain, die definitiv schmeckt. Wobei ich mir gewünscht hätte, dass der Magier von diesem Log drauf geht, was er allerdings auch tun wird. Dementsprechend ist es ja gar kein Problem. Jetzt gibt es hier einmal genau das. Und ihr erkennt, dass der Gegner natürlich einmal hier... Oh, jetzt kommt ein lustiger Frostzauber. Ja, der lustige Frostzauber ist da. Ja, jetzt gibt es auch zwei lustige oder einen lustigen Pekka-Hit. Und irgendwie muss ich sagen, war mir das dann doch etwas zu stumpf. Und ich bin kein großer Fan davon, dass Chitana in seinem Deck den Magier und den Eismagier spielt. Also ich sage mal so, Chitana hat gefühlt jetzt den fettesten Konter, den man in Westeuropa überhaupt gegen meinen Deck haben kann. Finde ich jetzt gar nicht mal so angenehm. Bin ich auch ganz transrapent natürlich, klar. Aber ich finde es dennoch... Oh, das ist jetzt ja auch wieder eine erschreckende Offenbarung von Seiten Chitanas. Also ich... Ah, schuldig wieder. Da haben wir wieder die Lamoloon-Expertise, die Chitana natürlich hier aufweist. Zoliac hat sieben Jahre Nado-Erfahrung. Bei Chitana sind es dann eben sieben Jahre Lamoloon. Ist ja auch gar kein Problem, dass da ein Füß kommt. Ist eigentlich so sicher wie das Arm in der Kirche. Das heißt, ist relativ klar. Jetzt kommt hier der Gegner durchaus nochmal mit der ein oder anderen lustigen Idee um die Ecke. Ja. Und jetzt gibt es hier den Eismagier. Eismagier. Also Chitana hat jetzt auf beiden Seiten unseren Turm fast ganz geholt. Und ich bin ganz transrapent. Das schmeckt mir mal gar nicht so sehr. Deswegen gibt es direkt einmal den Golem, um jetzt zu schauen, ob wir nicht vielleicht irgendwie noch ein gewisses, ich sage mal, Potenzial in Richtung eines potenziellen Game-Wins hier sehen. Und ich denke, dass dieses Potenzial durchaus, ich sage mal, erfüllt wird. Beziehungsweise, dass wir hier durchaus mit diesem Spielzug und mit diesem Tornado hier ein solches Potenzial hier abschöpfen können. Gerade wenn der Elektrodecken hier mal wieder eine geile Chain raushaut. Der Holzfüller kommt jetzt rein. Aber meine Frage lautet natürlich, was genau sich jetzt Chitana hier eigentlich überlegt. Denn der Golem ist jetzt dran. Und der Elektrodecken, beziehungsweise auch der nächste Golem, der lässt natürlich nicht länger auf sich warten. Und das bedeutet wiederum, dass das jetzt möglicherweise hier eine Art, ich sage mal, spülerische Einbahnstraße für unseren guten Kumpel Chitana ist. Denn der Mann möchte jetzt natürlich einmal mehr reinrennen, weil er nichts anderes in seiner Clash Royale-Karriere gelernt hat. Leider aber lässt sich hier erkennen, dass dieses Reinrennen heute leider kein Foto für ihn gibt. Schade Schokolade, gutes Game. Da gibt es noch einmal das weinerliche Skelett, denn genau so stelle ich mir diesen lustigen Gegner gerade vor. Man hat alles versucht. Man hat einen kompletten HC gehabt. Pekka, Magier, Eismagier, Nado Freeze. Und trotzdem bekommt man sich hin, dieses Game zu gewinnen. Das, mein Lieber, das ist ein ziemliches Armutszeugnis. TG Chunk aus Team Galactics 2. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was wir hier auf der Reihe haben werden. Wir bringen einmal direkt den Minenwerfer rein und schauen uns jetzt an, was unser lustiger Gegner macht. Unser lustiger Gegner spielt spärische Komode und einen feurigen Ball auf einen minischen Werfer. Ich meine, solche Dinge kann man natürlich tun. Man muss sich natürlich dann auch dem Schicksal ins Auge bewegen und genau wissen, dass der Golem gepaart mit den skeletonischen Drachen jetzt kommt. Gegen die der Gegner. Ja, es ist der Sparky. Sparky, na klar. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, der Gegner spielt ein normales Deck. Ich habe mich kolossal getäuscht. Unser Gegner denkt sich, es ist eine richtig geile Idee, einfach mal Sperrkumpel und Feuerball nicht mit dem Minenwerfer, wie üblich, gehandhabt zu kombinieren, sondern natürlich mit dem Sparky. Hätte ich jetzt wahrscheinlich ahnen müssen, ist dann wahrscheinlich mein Fehler, aber auch gar kein Problem. Denn, meine lieben Freunde, wir sind natürlich der mitländerigen Anhauchung gegenüber sehr gut vorbereitet und wissen direkt, dass der elektronische Drache in diesem Game eine tragende Rolle spielen könnte oder auch spielen wird. Der Gegner mit Sperrkumpel, die man so auch noch nicht gesehen hat, das muss man erst mal schaffen, die so schlecht zu spielen, ist aber auch gar kein Problem, beziehungsweise dann auf jeden Fall nicht unser Problem. Okay, das kann ich schon mal sagen. Jetzt bringt der Gegner hier einen Mönch rein, den muss ich allerdings sagen, finde ich gar nicht mal so schlecht. Also der ist ziemlich gut gegen uns, weil erstens niemand spielt Mönch und zweitens, also ich habe halt immer noch, ich habe immer noch sehr, sehr viele Fragen. Also es ist bei mir immer noch eine sehr, sehr große, ich sage mal, Fragezeichenzone, in der wir uns jetzt hier bewegen. Wir loggen ja einmal rein, zack, da treffen wir nämlich auch direkt den ersten Kobold mit und jetzt frage ich mich gerade, gegen was spiele ich hier eigentlich? Ich spiele gegen eine Art Ultra-Ur-Psychose, die meine innersten und tiefsten verwurzelten Neandertaler-Ängste genetisch bedingt zum Vorschein bringt. Wir haben jetzt hier einen Spieler, der Mönch-Goblin-Giant-Sparky spielt und ich möchte euch nur noch einmal erinnern daran, dass ihr auch nicht vergesst, was der Spin hier spielt. Wir spielen hier einen Mortar-Golem-Kanonen-Karren-Deck, okay? Okay, das heißt, es gibt genau zwei Truppen, die der Mönch von seiner Seite aus nicht reflektieren kann und diese zwei Truppen, die sind, sagen wir mal, durchaus sehr begrenzt verfügbar. Jetzt bringt der Gäten hier einen sehr wilden Nado, wir machen natürlich einmal das sehr Gleiche und können uns nun hier darauf verlassen, dass der elektronische Drache einen sehr, sehr guten Job macht, was mich natürlich in erster Linie sehr freut. Ja, in erster Linie freue ich mich einfach für Mehmet, Digga. Jetzt haben wir hier eine Situation, in der der Gäten einen Feuerball drauf spielt. Meine Frage ist aber, was machst du jetzt? Du kannst doch nicht eine Kanonen-Karre ran, Nado und mein Bester, ich habe das Gefühl, dass du mit deinem Deck recht schnell in die Planlosigkeit berutscht bist, ja? Da haben ein paar geistige Investoren ihr Geld weggezogen und schon standst du ohne Plan da und dann hast du mal kurz gescheppert. Ist aber gar kein Thema, denn ihr seht, der Elektro-Dang in diesem Deck hat die perfekte Ergänzung zu allen weiteren Karten hier dargestellt und uns das Game im Alleingang gewonnen. Er Paham aus I Love Tilt. Und mein Bester, ich gebe dir doch direkt was du liebst. Ich habe da doch kein Problem mit, ja? Ich bin Unterhaltungsdienstleister im klassischen Bereich und da decke ich natürlich alle möglichen Gefühlslagen ab. Von Freude der Zuschauer über dieses wunderbare Video, die ihr übrigens mit einem Daumen nach oben bekunden könnt. Oder auch nehme meinen Code-Eintrag hin zu deinem gewünschten Tilt, den ich dir natürlich jetzt persönlich versandkostenfrei vor die Türe bringe. Er Paham. Er spielt einen Kanonenkarren-Valkyrendeck. Bis hierhin habe ich noch keinen blassen Schimmer, was es hiermit auf sich haben könnte. Aber wir werden natürlich gleich eines Besseren oder vielleicht aber auch eines Schlechteren belehrt werden. Ja, ich habe noch keinen richtigen Schimmer, worauf wir uns jetzt hier eingelassen haben. Deswegen, meine Freunde, werden wir erstmal warten. Ja, wir machen eine kleine Trinkpause. Da wird sich direkt mal das Getränk geschnappt und sich natürlich hydriert. Bitte vergesst auch ihr das Zuhause nicht. Und Er Paham aus I Love oder Love Tilt, besser gesagt. Er ist ja gar nicht I Love Tilt. Vielleicht möchte er auch, dass wir dem Tilt liebsam gegenüberstehen. Auch das ist eine nicht auszuschießende Möglichkeit. Er Paham chillt aber erstmal, ja. Er lässt erstmal ganz entspannt die Beine schaukeln, die Beine baumeln und liegt in seiner Hängematte. Ja, und spielt gerade irgendwo Clash Royale auf der Welt zwischen Palmen und Meer. Ganz entspannt und gleich kommt die dumme, oder besser gesagt die dann doch sehr düstere Wahrheit ans Licht. Ein Orkan zieht auf, der Golem und der Elektrodenken werden aufs Feld gebashed. Ich würde sagen, es ist jetzt einmal Zeit, wir machen einfach mal irgendwas. Na, aus dem Nichts kommt einfach mal ein Golem. Man muss manchmal das Überraschungsmoment aus deiner Seite haben. Und ihr seht bereits, der Gegner hat knapp zwei Elixier gebraucht, um sein Gehirn erstmal wieder aus dem Standby-Modus hochzufahren. Und genau diese Szenen bedeuten natürlich für uns einen enormen Vorteil. Wir sehen jetzt, der Gegner hat einen Henker und eine Kanone. Also der Typ spielt irgendwie Hawkechse mit Stützrädern. Ja, das kann man glaube ich relativ gut so sagen. Jetzt haben wir hier den Tornado am Start, den wir auch direkt einmal reinnehmen. Es könnte jedoch auch sein, dass der Gegner sich jetzt hier für den sogenannten Ballon entscheidet. Auch der Ballonische ist eine Option, die ich jetzt hier nicht ausschließen will. Ballon, der Bär, könnte seinem Decke jetzt hier den letzten taktischen Feinschliff verleihen. Allerdings ist relativ klar, dass hier jetzt der Henker kommen wird. Dachte ich jetzt zumindest. Nein, der Gegner spielt den Poison. Das ist jetzt auch wieder eine, wie ich finde, sehr interessante Angelegenheit. Er könnte jetzt meiner Poison generell spielen. Könnte aber auch sein, dass der Gegner hier irgendwie jetzt mit dem Greyfaird reingeht. Also alles ist möglich, alles kann, nichts muss, pflege ich stets zu sagen. Es gibt jetzt hier genau diesen Elektro-Dragon und natürlich auch diese Viecher. Und wir erkennen, dass der Gegner mit diesem elektronischen Dragon leider so seine Probleme hat. Jetzt gibt es nun leider eine andere Sache, mit dem der Gegner, mit der der Gegner seine Probleme haben wird. Das ist nämlich genau... Ah, 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 ah ja, mhm. Okay, gut. Dann sind wir uns ja einig, ne? Dann sind wir uns ja, das ist ja wunderbar. Dann sind wir uns ja einfach einig. Das ist ja schön. Weißt du, dann ist man sich auch einfach einig. Wenn man sich einig ist, dann ist die Uneinigkeit beiseite geschafft. Das ist immer schön, ja? Eine Uneinigkeit, die beiseite geschafft wurde, bedeutet Einigkeit. Wir spielen gegen Spell-Cycle. Rocket, Poison, Nado, Lock. Super. Nee, also da habe ich auch gar keine Probleme. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Da kommt auch mal der nächste Poison rein. Das ist ja, weißt du, das ist auch alles... Für mich ist das in Ordnung. Ich kann damit umgehen. Ich bin da, ich bin da gar nicht so... Ich bin da sehr, ich bin da sehr, ähm, schmerzfrei. Versteht ihr? Ich bin da auch sehr... Also ich kann da auch viel Verständnis aufbringen. Alles ist in Ordnung. Ja, ist doch gar kein Problem. Ja, das ist alles gut. Wenn du, wenn du das machen möchtest, dann tu das gerne. Tu, was du nicht lassen kannst. Hol dir deine Freiheiten. Mach alles, was du möchtest. Versuch dich individuell weiterzuentwickeln. Lass dich inspirieren, mein Bester. Mach doch alles möglich. Es ist doch wunderbar. Nur geh mir bitte nicht auf den Senkel mit deinen Verpisst-Raketen. Mhm. Ja, gut. Gut. Das ist jetzt wieder interessant. Hier, wir sehen wieder einige sehr interessante Plays. Meine Frage ist, hat der Gegner damit jetzt gerechnet? Die Antwort lautet ja. Ja, er spielt mal wieder einfach Gift-Zauber rein. Ich weiß nicht, was das jetzt hier noch soll, aber das ganze Problem an dieser Geschichte wird erst offenbar, wenn der Gegner jetzt hier wieder seine nächsten Poison reinspielt und seine nächsten Tornado. Der Typ möchte mich jetzt outrocketen. Und langsam aber sicher geht er mir damit sehr auf den Senkel, muss ich gestehen. Also, dass der Kollege jetzt hier wirklich in der Lage sein könnte, mich zu outrocketen, halte ich für eine sehr, sehr große Frechheit. Er poisent das Ganze. Das ist gut, denn die Kanonenkarre steht außerhalb der Reichweite. Jetzt kommt ja ein Nailer auf der anderen Lane. Meine große Frage ist jetzt aber, was macht der Gegner hier? Und die Antwort lautet möglicherweise, dass dieser Golem jetzt hier sozusagen das von ihm aus gesehen letzte Stündlein werden könnte, was geschlagen hat. Allerdings erkenne ich jetzt gleichzeitig, dass mich doch das Ganze, was er hier tut, relativ gut stört. Ich hoffe einfach, der Golem kommt ran. Ähm, kleiner Spoiler, der Golem kommt gar nicht ran. Wir müssen jetzt hier mit Skellywax irgendwie versuchen, dass der Gegner keinen Poison auf meinen Turm ist. Nein, bitte, 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 komm. Nailo, Nailo, komm, bitte. Iiiiih! Das war's, das war's. Ich bin raus. Danke fürs dabei sein. Haut rein. Ciao.